So, ich habe die Sachen verkauft und wir werden jetzt wieder unseren Levelaufstieg machen, den wir gerade bekommen haben. Und wieder verteile ich alles schön gleichmäßig auf meine primär ausgewählten Talente. Und wir haben hier die nächsten Möglichkeiten. Ich muss jetzt gerade mal schauen, was ich hier nehme. Wir nehmen gebildet. Und dann schauen wir mal. Also wie gesagt, ich habe hier diese Jagdflinte. Ich habe sie jetzt nochmal reparieren lassen. Eine meiner Lieblingswaffen. Und so sieht sie aus. Eine feine Waffe. Und mir fällt da gerade ein, wir haben noch etwas. Und zwar hier dieses Buch, das wir im Supermarkt gefunden haben. Das verwenden wir jetzt auch gleich mal. Und wir sehen hier, Feilschen wurden um eins erhöht. Und, ja, wir werden jetzt mit der Hauptquest mal weitermachen. Ja? So. Die Hauptflinte stecke ich nochmal weg. Die Munition dafür ist noch ein bisschen knapp. Davon haben wir noch nicht so viel. Aber wir haben viel für unsere Pistole. So, wir müssen jetzt hier mit diesem Typen sprechen. Wie soll es denn sein? Infos über den Aufenthaltsort des lieben Herrn Papa gegen ein paar Kronkurken oder doch lieber der Alleingang? Das Ötland kann so unerbittlich sein. So, wir sagen ihm jetzt, dass wir ihm den Gefallen getan haben. Sie haben sich um unser kleines, verlorenes Schäfchen gekümmert, was? Ich wusste, dass ich auf Sie zählen kann. Schieben Sie doch einfach 100 Kronkorken rüber und wir sind quitt. Tja, wie gesagt, wir haben uns um Silber gekümmert und trotzdem will er immer noch diese 100 Kronkorken. Ich habe ja zum Glück gesagt, dass ich ein paar Kronkorken will und 300 bekommen. Das heißt, ich kann mir den 100, die er jetzt verlangt, ganz gut leben und dann... Das war doch gar nicht so schwierig, oder? Ihr Papa ist hier durchgekommen, blieb aber nicht lange. Er sagte, er müsse sich um wichtige Angelegenheiten kümmern und machte sich auf in die Stadt. Hat wohl was mit Galaxy News Radio zu tun. Das Beste wäre es wohl, dort anzufangen. Weidmannsheil und danke für die Kronkorken. Ja, dann verschwinden wir jetzt auch hier ganz schnell. Ich kann kaum unser nächstes Treffen erwarten. Und wir gehen direkt weiter in der Hauptquest und gehen zu Galaxy News Radio. Ja, ob man es glaubt oder nicht, wir müssen uns das erste Mal in die Stadt Washington D.C. begehen. So, schauen wir mal schnell noch auf der Karte, wo wir das finden. Und wir sehen, das ist ein ganzes Stück. Aus dem Grund, ich habe mir hier neben dem Super-Duper-Mart nochmal einen kleinen anderen Punkt geholt, der schon auf der anderen Seite des Flusses liegt. Und von da aus werden wir jetzt weiterlaufen. So, wir sehen davon auch schon wieder einen Gegner. Ich zeige auch gleich schon mal meine neue Waffe. Was soll das? Wo kommt der her? Okay, der ist mir bisher noch nie begegnet. Aber gut. Wer sich vor mir versteckt, ist jeder. Da! Ah! 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 Das war's für sich, Herr Kollege. Ja, gut. Ich werde mich jetzt nicht um diese Super Mutanten kümmern. Ich brauche meine Munition später nämlich noch. Wir gehen einfacher. So, wir machen den Schimm. Oh, Quatsch. Wir müssen hier in die Station natürlich rein. So. Ich mache mal wieder das hier. Ja. So, so platz. Schaut uns jetzt noch ein bisschen um. Sensor-Modul nehmen wir mit, Schachtel-Zigaretten nehmen wir mit, ein leerer Schreibtisch, ein Schädel, da haben wir nix vernünftiges. Schauen wir mal hier, eine Truhe, okay, eine Stange-Zigaretten, immer gut, okay, da ist nix. Also weiter. Gehen wir beides mit und gehen weiter. Und hier haben wir diese Gule. So, ich benutze bei denen immer sehr gern jeder das Auto, die sehr schnell sind. So, gut. Gut, die werden erledigt und wir gehen weiter. Aber nicht hier, ha. Okay, da vorne. Und wir schauen kurz, wo wir sind. Wir sind, so, das sieht man hier nicht. Wir gehen auf die lokale Karte. So, hier geht's weiter. 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 Oh Gott. Ach Gott. Ach! Ah! So, hier geht's weiter. So, hier geht's weiter. Nagelbrett, äh... Ne, das nehme ich mit. Das gibt's nicht. Ich wechsle wieder auf meine Pistole, ich brauche zu viel Munition. Brauche ich nachher, wenn's gegen mehr als nur einen Super-Mutanten geht. Die haben sehr oft Kronen-Korken dabei. Ne? Ui, was ist denn los? So. Dann schauen wir noch hier oben. Gehen wir mal kurz rein. Eine Lackierpistole, nein. Und sonst steht hier auch nix mehr. Also gehen wir weiter. Oh, nochmal ein Torhobol. So, was... Die Kakerlacken zu sch... äh... abzuknallen. Eigentlich Medizionverschwendung, aber mich nerven die Geräusche, die sie machen. Vorkriegsgeld nehmen wir gerne mit. Das Hundefleisch brauchen wir nicht. Das nehmen wir mit. Und ja. Wir sind am Ende dieser Station. Und wir schauen wieder auf der Karte, wo wir sind. Wir befinden uns jetzt hier. Und müssen jetzt hier runter. Zum Galaxy News Radio. Und... Und jetzt hier. Und jetzt hier. Und jetzt hier. Und jetzt hier. Untertitelung des ZDF, 2020